Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Schilddrüse ist eine kleine, schmetterlingsförmige Drüse im Hals, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels und der Hormonproduktion spielt. Es gibt verschiedene Arten von Schilddrüsenerkrankungen, darunter Hypothyreose, Unterfunktion, Hyperthyreose, Überfunktion, Hashimoto-Tyreoiditis, Schilddrüsenknoten und Schilddrüsenkrebs. Die Ursachen für Schilddrüsenerkrankungen können genetisch bedingt sein oder durch Autoimmunerkrankungen, Jodmangel oder bestimmte Medikamente ausgelöst werden. Die Symptome von Schilddrüsenerkrankungen können variieren, aber zu den häufigsten gehören Müdigkeit, Gewichtszunahme oder Verlust, Haarausfall, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Herzrasen, Schwellungen im Halsbereich und Probleme mit der Konzentration. Neben der konventionellen medizinischen Behandlung gibt es auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, die Betroffenen helfen können, ihre Schilddrüsenerkrankung zu lindern oder zu managen. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass diese alternativen Methoden nicht als Ersatz für eine ärztliche Betreuung dienen sollten, sondern als Ergänzung zur konventionellen Behandlung. Eine gesunde Ernährung kann einen positiven Einfluss auf die Schilddrüsenfunktion haben. Es wird empfohlen, Lebensmittel zu wählen, die reich an Jod, Seelen und Vitamin D sind, da diese Nährstoffe für eine gesunde Schilddrüsenfunktion wichtig sind. Dazu gehören Seefisch, Meeresalgen, Nüsse, Samen, Eier und Milchprodukte. Stress kann sich negativ auf die Schilddrüsenfunktion auswirken. Daher ist es wichtig, Stressbewältigungstechniken wie Meditation, Yoga oder Entspannungsübungen in den Alltag zu integrieren. Eine ausreichende Schlafqualität und regelmäßige Bewegung können ebenfalls dazu beitragen, den Stresspegel zu reduzieren. Einige pflanzliche Heilmittel können zur Unterstützung der Schilddrüsenfunktion beitragen. Dazu gehören beispielsweise Ashwagandha, Rhodiola und Nachtkerzenöl. Es ist jedoch sinnvoll, vor der Einnahme mit einem Arzt oder Naturheilpraktiker zu sprechen, um mögliche Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schilddrüsenerkrankungen eine komplexe Angelegenheit sind, die eine angemessene medizinische Betreuung erfordern. Dennoch können alternative Behandlungsmethoden und gesunde Lebensgewohnheiten dazu beitragen, die Schilddrüsenfunktion zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis von Schilddrüsenerkrankungen zu bekommen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!